Wir haben hier die Dornblüt Sonderedition für Kronos. Eine limitierte Uhr auf 25 Stück und die wollen wir jetzt mal auspacken. Die schöne Schatulle, handgefertigt in Deutschland, in Wurzelholz. Das Schöne an der Schatulle ist, man kann die Uhr, wenn sie hier drin ist, auch so aufrecht hinstellen auf dem Tisch und kann die als Tischuhr benutzen. Dann haben wir hier die Uhr. Mit dem sehr schönen blauen Zifferblatt, aufgesetzte silberne Stundenziffern, Edelstahlgehäuse und das Straußenlederband. Sehr schön ist natürlich auch das Werk, das Dornblüt in Kalbe in Sachsen-Anhalt fertigt. Ungefähr 65 Prozent der Teile sind hier neu angefertigt. Grundsätzlich basiert das Räderwerk auf dem UNITAS und es richtet sich ein bisschen nach den Glashütter Kriterien. Wir haben also eine Dreiviertelplatine, einen handgravierten Unruhkloben, eine Schwanenhalsfeinregulierung, verschraubte Goldschatons für die Lagersteine und goldenausgelegte Gravuren. Räderwerk auf dem Unruhkloben. Räderwerk auf dem Unruhkloben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020